ja hey willkommen mein name ist an die welt und spielgrüß euch zurück zu let's play tells of the serie kommt man was ich noch gesehen habe in den letzten moment hier war hier ist noch ein ausrufe zeichen machen heißt wir müssen natürlich erstmal dahin gehen wir aus dem weg in der letzte folge sind wir in der titania ein bisschen rum geeiert haben mit grimo gerät die ein bisschen was von dem buch hier noch übersetzt hat und ja ich glaubt mit roko mal warum seine arme verschränkt hat während er auf den dingen hier ist ja oft ehrlich und ja wir haben noch eine stufe vier insel geschafft und jetzt ist hier irgendwas das hat erst mal für sie in der skitze Ich habe das Gefühl, dass du ein Tocke bist. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr die Dail, das ist ein Vorteil. Aber du hast du den Hügel wieder neu? Ja, du hast du den Hügel wieder neu. Du hast du das Hügel wieder neu. Du hast du den Hügel, aber du hast du nicht mehr. Aber ich habe heute Morgen verletzt, warum denke ich dass die kohle ist das noch eine wie alle irgendwie mit deal irgendwie oder da war die hälte haben die irgendwas mit dir die ganze zeit zu tun ja dann vorher war er nicht in ausreichend also nehme ich meine wir tun irgendwie voll eine zeitquest oder eine riesige story irgendwie so voll voran treiben da machst du da er will sich ja hier um alles kümmern hat er gesagt das ist ich habe ihn nicht mehr die ich meine schmerzliche die ich meine schmerzliche 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 hat er sich nachgemacht verdammt kann mir sagen hat er hier ist mein gott wer ich krieg dafür nichts geiles möchte ich die kamera drehen möchte ich die kamera drehen können weil ich will sehen wie von vorne sehen wir irgendwie eine arme verschränkt während er auf den dingen gleitet das verhaftet oder weniger das war meine güte er gleitet über das brett einfach ohne es zu berühren der stage steift über den boden ok wir müssen nicht verstehen wissen ins heiler ich habe nämlich keine augen ich habe keine augenheit ich habe keine augenheit ich habe keine augenheit Das war gut. meine schultern werden rot was ja also kann man auch zufrieden zu stellen dafür geht er so was doch locker ein fertig ja gott der fertig also weitergeht aber wir müssen zu einer neuen stadt anscheinend so wie es die karte irgendwie sagt ja thalassien docks die größte stadt der region ostland gehen wir weiter mal alles von der welt gesehen da unten fehlt noch so ein kleines gebietchen falls man überhaupt hin kann da oben links fehlt noch was natürlich kommt auf dem weg noch irgendwas und wer wird es wieder in der matrix was das so Oh, jetzt gibt's ja Spannung. So, das ist ja nicht ein Wettbewerb. Dann bitte ich mich. Wenn ich weiß, dann geht's. Das ist危險. Das ist危險. Verwebben und ich? Ja, das ist ein Wettbewerb. Ja, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Und wo sind wir jetzt? Ja, wirkspädie sohn und so stimmt, aber ja, boing, aber nicht. die expedition ist so stimmt aber ja mal hat gefunden leuchtende sahnrad nach das ist das fertigkeiten erweiterung plus reißer bürger mehrere aktivieren wenn drei fährt keinen gleichzeitig ausgerüstet ein neues gebiet verdammt werde ich nicht mehr erreichen hier so mal hier ne man hat sind kostüme die da noch fehlen ich will die letzten dinge ja noch freischalten was geht ja ich habe kein gehort kommen wir aus irgendein grund voll details of christie feelings und das wieder was kann ich überall hin warum kann ich wieder nicht teleportieren ehrlich naja schambulan zwei spielen wo ist schambulan 1 schamballon meine ich um zwei ich verstehe das nicht was schlomi to ここは貿易で悪毒設けた一族の拠点でね 攻められた時に備えてこうなってるんだって 敵が多かったんだ けど栄えたのは昔の話 今はただの田舎町 私たちに憧れの都会だったけど 詳しいのですね 一応地元だから この先のアバルって村が ああ じゃあ くーマがいるの たぶん 私の村 いいのですか どうせ知り合いはいないわ alle sind tot stimmt da war ja was und da sind eine menge ausrufe zeichnen also sehr wenig fortschritt heute habe ich so gefühl aber jetzt im speichern いやー やっぱり タイヤってのは いいもんだね ここ何日かはすごい震が 目の前も見えなくて 歩けないほど真っ白だったけど 晴れてよかった ノームの時に ゴーマが出たりしなくてよかったね 知らないのかい イストガンドは ゴーマの被害が最も少ないところなんだ ゴーリンの日にこの町も他の村もゴーマに襲われたが アルトリウス様の活躍で みんなそうなんだよ それ以来 町にゴーマはほとんど出ていないんだ それは本当の話ですか おや タイマシ様 清涼の方なら イーストガンドのことは お聞きになったことがあるのだ もちろん 一歩町の外に出れば ゴーマもいますが どういうわけか 街の中には出てこないんですよ それとも そこにあるのだ どんな人たちが来るんだけど みんなそう言うんですがね 嘘でも冗談でもないんですよ アルトリウス様の力が今も残っていて 街が守られているんだ なんて みんなあってます ともあれ この街ではいつもよりも気を楽にして ゆっくり過ごしていただければと思います そうですね ありがとうございます 販売し 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 quatsche und gehen wir also sagen uns fähigkeiten und all diese sachen bin angesprochen besser quatsch werden teuer wir haben eine menge neue sachen ja sachen auf jeden fall mir geht das geld aus nein nein tatsächlich jetzt nicht ein so eine menge sachen nicht haben will das ist natürlich auch so machen mal weg damit und habe ich einige sachen ja schon gesperrt damit ich nicht aus versehen verkaufe quatsch bei wo ich den verkaufe habe ich gerade irgendwas schon aus versehen verkauften leiter der jetzt dadurch zuschauen müsste aber muss halt so viele sachen die ich nicht habe plop bringen schalen regen was zum wart geil habe ich stärker gegen verschiedene typen von vier stiefel dem will ich noch haben hallo hat alle hat jeder hat alle gehasst von er hast von allen aber ich möchte mich jetzt aus versehen im quartier vor allem hatte ich noch nicht auch recht noch ein schadenring erreicht da natürlich will erst mal gucken hat ich alles neu habe und was nicht sie vergiftungsfähigkeit neue waffen ausgezeichnet quatsche du bist natürlich noch was am lernen ist klar auch noch vorher habe ich schlecht nicht elementar angst kraft bloß los einfach nur plus 4 prozent sah ja du hast noch mehr fähigkeit gegen kurien erdangst kraft was macht hier ich gerade gegen drachen bleibt erst mal ich gerade in krusten wesen wo dann ich wäre mal ein bisschen stärker gegen verschiedene gegner halt ne so länge plop bringen oder sowas der alles noch mal also sicher wenn wir stärker immer stärker und stärker warum hast du noch hat er ja noch gar nicht die dinge ja faktor 1 prozent okay das antikrusten laff ist jetzt ich finde auch noch die feldspartiger mann mache ich denn ja ganz die ausrüsten hat also du hast noch so hat schon mehr so lange gedauert ich wollte sehen wenn man an uns gucken welche 22 prozent 18 prozent sehr gut so mehr wird glaube ich hier nicht mehr passiert in dem part und hat er mit leuten reden und so noch das ist eine reine wahnsinn hospital nicht wie ich gehe ich komme ich bin ich bin ich bin du , ich bin Hüriboa kein quest ehrlich hat sie ihn meinig mit gern noch kurz aus dieser stadt rausgehen wollen wir ja ein paar bänden lässt sich doch einrichten oder 240 noch mein gott dann gehen wir die katzen sehen ja auch recht aus weil es ja keine dämonen wir verstehen langsam immer war noch gar nicht nur noch gar nicht nur noch gar nicht nur noch gar nicht mal oder lukara solle dake jubel was sie sich der klasse maske donna ist so oder moe ist und und die utse war ich kann er ja ich kann er brechen jetzt habe ich nur in der einen kirche logis ich war da ich war da ich war noch nicht da irgendwie nebenquessen nicht nebenquests aber sonst hat die von zeichnen hallo die haben alle noch nicht mehr kämpft ich muss noch einige bliecher bekämpfen aber ich komme an diesen diesen einen strand in dieser einen strand statt wie dämonen pass als erstes ausgebrochen ist da kann ich nicht zurück ja schon wieder so macht ihr bescheuert das spiel gehört weil nicht wo waren wir jetzt noch nicht wir haben da noch ein ausrufezeichen und zum geobacht teil dann können wir mal gucken ob wir irgendwie raus können ja hier kann ich natürlich noch nicht raus eine beste freundin von ich kann nicht mehr rausgehen ich bin noch nicht zufrieden ich kann nicht sagen ich bin noch nicht zufrieden ich bin noch nicht zufrieden Nichts. Ich weiß nicht, dass Avar was 3 Jahre alt. Aber es ist nicht so. Es gab auch viele Menschen, aber es war der Kraft von Altrius. Es gab viele Menschen. Wieso? 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 Niko-Teko ist ein Kind von Avar. Wir haben auch ein Kind in Avar. Wir haben auch ein Kind in Avar. Wir haben auch ein Kind. Wieso? Ich habe einen Bekannten von Velvet. Velvet hat, wie gesagt, Abaru-Müla wurde zerstört, aber... ...wir sehen, dass die Menschen in der Nähe gekommen sind. Wie gesagt, dass die neue Menschen in der Nähe gekommen sind. Velvet hat, wie gesagt, die Menschen in der Nähe gekommen sind. Wie gesagt, die Menschen in der Nähe gekommen sind. Wie gesagt, Altrius hat die Stadt gespürt. Das ist ein Schmärk店, oder? Ich weiß nicht. Ich habe auch die Informationen verwendet. Ich denke, dass ich sehr wunderschön habe, aber... Wenn ich mich überraschend habe, ist die Wahrheit in der Nähe gekommen sind. Ich denke, dass ich nicht weitergehen kann. Ich denke, dass ich nicht weitergehen kann. Ich denke, dass ich nicht weitergehen kann. das war sehr düster mehr zeichnen ich wollte nur irgendwann erreichen ich liebe dem und noch ein und ich habe auch eine Niko Kiss für den Zettel die Niko ist gut, aber ich kann es gut essen mal mit einer Niko Kiss für den Zettel ich will mal mit einer Niko Kiss für den Zettel du kennst dich so weit ich habe schon eine Taille-Sinn-Vertigene jetzt müssen wir uns darauf achten Ich habe einen guten Zettel und einen guten Zettel. Ich habe einen guten Zettel mit einem guten Zettel. Was kann man mit einem Zettel? Ich habe einen Zettel mit einem Zettel und einen Zettel. Und dann ist es... ... Kamo-Negi! Das ist alles für die Zettel. Und Kamo ist ein Zettel. Ich bin wirklich ein Zettel. Ja... Mir scheint, ich weiß nicht. Einige Plotwists anzubahnen. So, jetzt kann ich hier düsen. Da will ich das erstmal. Na, hier sind die Zettel. Ich bin wirklich ein Zettel. Das ist eine Qualität. Ich bin so viele Zettel. Ich bin jetzt sehr nahe. Es ist auch sehr, dass ich etwas gut bin. Aber es ist nicht in Ordnung? Ich bin sehr nahe, als ich bin, hier. Ich bin so ein Zettel. Es ist kein Zettel. Das ist nicht so, was ich. ja noch mal 20 jahre lang machen natürlich ist das dann wie komme ich ein karten spieler mit vertagt weil wir sind auch drei drohen die alle übersehen haben der bad wird ein bisschen länger diesmal ich weiß nicht wie man einkommt egal wird erstmal ruhig lande wenn ich hier raus gehe ich stelle zu müssen dass ich nicht durch die gegend ich sporten kann ja ich bin ich bin ich bin ich bin Das ist... das kämpfen wir jetzt mal hier so ein bisschen durchlaufen wenn es geht und gucken ob ich irgendwie skips oder so noch aktiviert irgendwie sowas wahrscheinlich da ist geobacht also der tor die fücher mariale auf screen ein bisschen platz und trainieren sind hoch haha ich kann nur hier umlaufen ihr seid ja richtig geil auf ok ich kann mich anscheinend ein ganz stückchen hier bewegen und hat irgendwas passiert es gibt auch ploppt oder irgendwie so was hat noch da geht also ich werde hier ein bisschen zeit wahrscheinlich verbringen diese kartenspiel typen hier werde ich dann versuchen und gleich ein paar neue sachen hier kaufen und so warum war mal jedenfalls wird sich ein bisschen was getan haben im nächsten fahrt wenn wir jetzt erst mal zurück und speichern und dann lesen vorher machen wir uns dann auf dem weg zum heimatdorf von welt klingt dann nach dem plan ja ne wunderbärchen plan dann bin ich jetzt in part hier würde mich freuen wenn ihr ein lag aber ein kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen wird dann sehen wir uns in der nächsten folie wieder von let's play details auf der serie ich glaube ich alles zu schauen sagt tschüss bis zum nächsten fall